und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei fire emblem engage also wir haben die gespräche jetzt alle gemacht wir haben das mit dem offen bisschen gemacht schauen wir uns mal kurz noch diese seite da an und dann machen wir mal die story weiter spenden wir könnten den lugier noch mal um ein wo ich aber eh nur haupts ack komm fack auf alter ich hab zu viel geld für alle möglichen anderen scheißen auskauft wie waren jetzt das eigentlich noch mal mit dem leben wand level 4 4 konnten die nicht auch miteinander reden das dann zu erhöhen oder musste ich da nicht da muss ich eine quest machen da muss ich mir noch mal anschauen wenn wir gelegen da lang was passiert hier okay Wie ging das nochmal so? Ging schneller. Kapitel 18, dann ruft ihr nach Elushia. Embleme, Inventar. Wir haben die Framets auf einer höheren Stufe. Optimieren, Stärkung, Abwehr. Warte, 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 siehst du meine Heilerin, ihr Penner, ihr könnt nicht einfach. Ich hätte kapiert, er verbindet in einem Umkreis und 5 fällt er wieder her. Puh, das ist geil. Einen defensiven Nahkampf, ich verleihe Fertigkeit plus 5. Zweite Stufe, erste Stufe kommt raus. Dafür kommt, wo sind die Schallstäbe? Das da. Da, purgativ. Anstatt Abwehrhaltung, bekommt ihr noch Heilung. Pflege? Große Menge? Kapitel 18, okay, das steht viel her, wenn in der Nähe ist wahrscheinlich. Zu bewegen, blockieren, dann stoppt ihr eine Masse aus Eis drauf, beschwürt ihr und fällt für eine Runde blockiert. Blockiert wäre auch noch interessant, ne? Okay, purgativ, ja. Fram ist unser Stabmeister. Wen haben wir noch gecreated? Alleare. Wann war denn der jetzt erste Stufe? Und ein Leichtschwert und ein Eisenschwert? Seid ihr denn nicht mehr ganz sauber? Haben wir mal Elixier noch oder irgend so'n Scheiß? Talisman, Höhe der Resistenz da auf dem 2. Nehmen wir eine Kastration. Draco-Schilder, Höhe der Verteidigung da auf dem 2. Geheimbruch, Höhe Behändigkeit da auf dem 2. Stärke da auf dem 2. Achso, das sind Verwendungssachen, ne? Englisroh, Höhe mit maximal KP da auf dem 5. Weihwasser, Verleihung, Resistenz plus 7, der Effekt nimmt mit jeder Runde um 1 ab. Fackel ist der Ding. Antidot. Ich nehm Ions. Genau. Noch irgendwas, was ich ihm geben will? Erstmal nicht. Tänze, Elfenlicht, Elfenflut. Warte, 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 ich wollte doch der Ivy, hab ich das ihr gegeben? Hab ich nicht, ne? Donner, Flut. Aus Rettung. Weihwasser, Verbündeten. Oh, das ist ja nicht schlecht, aber Purgative kannst du vergessen. Ich hab da einen schönen Zauber für sie. Okay. Kapitel beginnen. Let's see go. Wir haben schon lange geschlachtet, äh, geschlachtet. Eine kalte Reise, Kapitel 18. Das wird nur öfter passieren. Du verstehst du, die Gravität von all this? Ja. Und Vail? Still in a deep slumber. No matter how much I amplify her draconic impulses, she won't awaken. She refuses her true nature. In that case, take this. What is it? Of course. There is something else I would like to discuss. What? Pardon me, Lord Sombron, but Lady Vale is your only child, correct? My only living child? Yes. That is correct. Of course. I was speaking from fear, not fact. Forgive me. Why ask such a thing? Vale believes one of her siblings is alive. I thought it best to raise with you. She spoke of an unbroken Drakkenstone. But she must be mistaken. We both know the truth. Your children were killed in the war a thousand years ago, all but Vale. I remember one who stood above the rest, with hair and eyes like fire. What was the name again? What was the name again? Something like... Zephyah. My lord. I do not remember all my children's names or faces, but that one I killed myself. Yes. Moments later, I was imprisoned. Did you collect a body? I... I did not. Then I rescind what I said. The answer is no. And if you find that offspring, bring me a corpse this time. Yes, Lord Sombron. As you wish. Thanks for arranging this ship for us, Alfred. Thank my mother, not me. When I said we were headed to Elugia, she got one of the fleet's finest lined up. How was everything at the capital? Well enough. There haven't been any attacks since we left for Brodia. What a relief. I told mother what the other side's been up to. How they're after Sovereign Blood. She was shocked, of course. To hear about King Morion and King Hyacinth. Understandably so. As for the destruction at Floraport, the royal family will spare no expense on it. Though it may be years before the harbor is returned to its original beauty. We must defeat the Fel-Dragon so that such horrors never happen again. What's our plan? When we arrive, we head straight for Elugia Castle? First, we should try to learn what we can from the Elugian people. Rings or no rings, if we don't know what we're up against, we could lose everything. Besides, there's something I need to find out. And what's that? Weather Vale is alright. Hmm. From our vantage, the Hounds certainly didn't seem pleased. They may attempt to erase her personality. If anyone can do it, that woman can. I know Vale killed my mother. Nothing we've learned changes that. But I can't help but worry about her. I hope she's not hurt. Yes. I suppose she's a victim in this too. And she did risk her neck to give us the ring. Or it was all an act and she's just gaining our trust to stab us in the back. Again. That's worth considering. We don't know enough to rule anything out. Still, I want to trust her. Divine One, excuse me. Two ships flying Elugian colors approach from ahead. Any sign of the Hounds? None. However, it appears the enemy intends to attack us. Then we've got no choice but to fight them on the water. Prepare for battle everyone. One. 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 And one. 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 fucker you weil es ist das ist wow ihr schweine das ist der artillerie wir musik eigentlich kill ab ihm wir wissen alle aber wissen wer ist denn ab wow das ist ja mein sinnloser kampf ohne irgendeinen coolen charakter beim gegner ok unsere übrige trümmertruppe einfach dabei da haben wir eine bombe okay die kann gar nicht bis zu uns rüberschießen das ist schon mal sehr gut da können wir erst die gegner kommen lassen wir müssen bloß aufpassen dass wir hier nicht voll in die flanke in die feuerrate rennen ansonsten haben wir ja eigentlich unsere ganze charakter dabei die wir brauchen können ein bogenschützen für unsere flieg ist oder nehmen oder tauschen wir jemanden aus gehe ich ein ding er kommt mal die habe ich so runter cool das passt schon was haben die für level 7 ja jetzt kommt es halt dann nach und nach dass ich dann wieder zwischen wach bin band level 1 also da unten level 4 sagt die schnee ja komm schiebt die abends los geht's gar nicht lang rum wir kämpfen auf zwei fronten aber jetzt mal ernsthaft das ist ein schiff wer stellt eine kadone in die mitte gute noten ist das schiff hat flammkannen die aufheben und die aufheben die flammkannen die flammkannen und fällt sich zurück auf den befehl abfeuern und richten rund um den einschlagort flächenschaden an und lassen gegnern flammen aufgehen was lustig ist dass da wo er gerade hinzieht auf dem bild sind halt nur verbündete einheiten bis auf eine das geht drauf in mindestens ein kapitel überleben und auch den verbündeten getroffen werden können sind die king's death my country has become something unrecognisable wo kann ich dich abwerben elusias armys serve elusia no longer but the hounds this is truly what i meant to do kann ich bestimmt mit der ivy oder hortensia mit ihm labern oder lindon weißer mystischer na die hat auch einen überlebensstein äh ich kann fight so mal schauen wo kann ich hin ab hier ab hier aber warte mal ich kann doch einfach draufklicken warte kann ich mehrere markieren ja stark alter das habe ich nie benutzt mit pride ich lass uns ab hier du hättest das ihr müsst die flügelchen die flügel stürzen wie ich bin Oh, der zieht sogar was ab, der Hund. Es ist Tita! Du warst wunderschön, während du durftest. Sie sind schön und distraubt. Ich bin nur hier für die Geschenke. Die verdammten riesigen Kriegsschiff-Boot, die wir sind. Denen zieht es nicht viel ab, aber bei denen gibt es ein bisschen was oder da. Jetzt kann ich mit ihm hier hochgehen, angreifen. Bestimmt, ich darf mir eh nicht zurückschlagen. Pfeifen. Dann können wir es nicht. Ich kann die Pfeifen nicht aneben. so hier wir Schön weg damit. Ah, so komme ich jetzt dann in die Schussreichweite, ne? Der könnte sie angreifen. Da das Magie ist, bin ich davon nicht so begeistert. Oh, nee. Warten wir noch ein bisschen Genau, komm her mein Freund Warte, ich könnte doch einfach hier bündnis Krit ist da höher Sehr schön Und schon können wir da rüber Axt Der ist diesen Magier Dann quält mir nicht Kommen die so weit in ihrer Magie Mal schauen wie sie eigentlich ausschaut Alter Vierfach Treffer Nee Äh Warten Kann der die angreifen? Wer kann mich da angreifen? Was ist denn das? Der Magier? Ja da steht die Bedichter Ja lass uns erst mal so schauen wir mal was abgeht Ja da steht die Ehhhh Hey, wir müssen Spaß machen. Okay, wer ist nächstes? Boah, wie sie alle mich angreifen wollen, oder können. Also du hast zwei Chancen auf den Crit, Alter, los geht's. Hey, du hast kein Crit gemacht, was soll das? Sehr gut. Ich hab nämlich schon länger kein Crit mehr gemacht, dachte mir, das ist doch die beste Chance. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Das wär eigentlich nicht so das gescheitste, ne? Hä. Viel Spaß mit meinem Assassinen, Alter. So. Du kommst ja nicht hin, ne? Du würdest aber hinkommen zum Werfen. Und wenn ich den weghau, kommst du dann dahin? Ah, ne. Scene mag ich stecken, ist nicht so geil. Musik. 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 Musik.